Hi! Ich spiel Overwatch 2. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, weil ich das so gut wie noch nie gespielt habe. Immer nur Overwatch 1. Ich kann die Steuerung kaum. Okay, das war ein Fehler. Oh Gott. Ich muss erstmal auf die Steuerung klarkommen. Mann, ich will ein Berslier haben. Oh Gott. Oh, ich drück die ganze Zeit L1, aber ich will mich eigentlich heilen. Das meine ich mit, ich weiß nicht, wie die Steuerung funktioniert. Was sind die denn alle? Aber die kriege ich nicht, oder? Ah, Alter. Och, Junge. Och, ich wollte... Jetzt heile ich mich... Ja, Alter, was mache ich denn? Was ist das überhaupt? Hat Rautrack eine neue Fähigkeit? Bin ich dumm? Jo, ich mache die ganze Zeit die falsche... Ja, das war aus Versehen, bin ich ganz ehrlich. So, wie kann ich mir noch schnappen? Oh, fuck. Hat der nicht mehr verschiedene Muni... Munizio? Also das ist heilen. Das ist Haken? Was ist das für ein komisches Ding hier? Okay, eine Falle. Kenn ich auch noch nicht. Aber gut zu wissen. Ah, fuck. Wo sind die denn schon wieder? Ich muss auch definitiv noch meine... Ach, scheiße. Noch meine Sensibilität umstellen. Ich bin so lost. Ich bin so maximal lost. Ich habe keine Ahnung, wo irgendwer ist. Ich hoffe, das wird noch besser mit der Zeit. Ja, wo sind die denn? Warum kämpfen die jetzt da hinten? Egal, ich laufe einfach hinterher. Okay. Ash hat selbst noch begangen. Digga. Mein Aim. What's mercy? Ich hasse Moira. Alter, wie oft habe ich eigentlich meinen... Ach, scheiße. Wie oft habe ich denn meinen Trank? Jede Sekunde? Das wird aber auch erhöht. Oh Gott. Alter, ich bin so lost. Oh, Joka. Ich weiß auch nicht so richtig, wann ich ulten soll. Wo ist die? Ah, Joka. Wie kann man denn so scheiße sein? Ich ulte jetzt einfach. Wie funktioniert die Ult? Früher musste man doch einfach nur drücken. Der hat von selber geschossen. Also, muss ich das jetzt manuell machen? Okay, mal gucken, habe ich die Krieger. Ach, Junge. Ah, na toll. Ich will die haben, muss sie. Oh, das geht mir so auf den Sack, wenn die mal wegdeckt. Ah, jetzt ist sie tot. Na, wo ist denn her? Oh, Schossen. Ah, jetzt haben wir gewonnen, oder? Kommt noch wer? Nö. Was macht die denn? Fängt die wen oder explodiert die? Na, ich bin mir vorher schon eingegangen. Oh, wow. Ja, ja. Ach man, ich will mal sehen, was die... Oh, okay, scheiße. Ich dachte, ich wäre safe hinter der Wand. Nice. Boah, Junge, wie kann man so verkacken als Roadhog. Wieso heile ich mich, wenn ich voll bin? Ich glaube, es gibt niemanden, der so lost ist wie ich in diesem Game. Alter, geht mir erst noch auf die Nerven. Oh, wieso heile ich mich aber auch die ganze Zeit? Komm, oh, Junge, wie oft hat die das denn? So, jetzt aber. Okay, ich checke immer noch nicht so ganz, was die macht. Die ist auch gleich. Okay, ich muss auf jeden Fall manuell schießen. Das ist was anders. Oh man, ich dachte, die wären auch klein. Cool. Ach, scheiße. Habe ich das überhaupt nachgeladen? Doch, ja. Immer noch nicht. Okay, noch ein Punkt. Wo ist denn der Hände? Da hinten ist schon wieder, okay. Ich bin nicht so lost, ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Ich wollte erst Widow spielen, zum Glück habe ich das nicht gemacht. Jürgen, wäre ich ja komplett am Ende gewesen. Ach, Mann, ist das weit. Wieso bin ich so dick und langsam? Ich liebe meinen Skin, der ist so süß. Das war kein besonderer, aber der ist richtig cute. Ich treffe mir mal zu weit unten. Oh, scheiße. Ich stehe komplett in allen uns. Es gibt... Ach, das ist der Gegner. Ich habe ganz oft die geguckt, das ist nicht gecheckt. So. So. Hacke ich hier noch meine... Ah, die habe ich ja toll platziert. Ah, scheiße. Ich heil mich immer automatisch. Ich will das gar nicht. Okay. Ich checke auch gar nicht, wo die spawnen. Da irgendwo, glaube ich. Oder? Irgendwo hier müssen die ja spawnen, wenn wir von da hinten kamen. Oh, nö, auf die habe ich gar keinen Bock. Was, das hat die nicht mehr getroffen? Ich dachte, ich das hätte getroffen. Oh, scheiße. Zu spät. Einmal habe ich mich darauf konzentriert, nicht zu heilen. Das war falsch. Naja. Ja. So. Ich weiß nicht, soll ich ulten? Ich habe irgendwie Angst. Ich ulte jetzt einfach. Oh, scheiße. Ach, Mann. Ja, ich hätte vielleicht warten sollen, bis sie echt ult weg ist. Aber jetzt wenigstens ein bisschen spannend. Ach, lol. Ich habe es gar nicht gecheckt, dass sie schon hier ist. Ah, ja, wie dumm. Alter, ich habe mich schon wieder vertippt. Ich habe mich 50.000 Mal gerade vertippt. Okay, das war richtig dumm. Wo ist die denn? War hier nicht gerade Ash? Ah, ich bin so lost. Ich wollte eigentlich die andere erwischen, aber okay. Was? Okay, sorry. Ich habe keinem Freund geantwortet. Ich habe gleich gecheckt, dass sie gedenkstet wurde. Nein, ich wollte Dank machen. Wo ist sie denn? Da hinten noch. Ah, wow. Oh, nö. Ah, ich bin so scheiße. Also, wie kann man so scheiße sein? Das muss ich ja noch mit den Ohn. Oh, Gott. Absolut peinlich. Der ist doch da durchgelaufen. Das kann mir doch keiner erzählen. Reicht der bis da hinten hin? Ah, natürlich nicht. Okay. Das wird richtig leh tun. Komm. Wo bist du? Weg? Naja. Ach so, das ist unsere... Ich mal. Nein, Alter. Es ist so peinlich. Oh, scheiße. Ah, ja, okay. Oh. Ich habe gerade gar nicht gecheckt, dass wir am gewinnt sind. Aber okay. Die Map kenne ich wenigstens. Die ist süß. Oh, ich habe anger. Nicht schon wieder. Ah, das ist kein Genji. Ich dachte, das wäre ein Genji. Ach, nö. Nicht Reinhard. Nein, das ist scheiße, wenn man Roadhog... Ach, du meine Güte. Hä? Okay, die haben bashen geändert. Interessant. Wo ist der jetzt? Ja, das war klar, dass er da runterfällt. Hätte ich auch vorher dran denken können. Ah, scheiße. Ich habe das Gefühl, das Game wird nicht gut. Okay. Scheiße. Was sind die denn jetzt? Ich will die. Zu tot? Oh. Oh, da wurde ich lowkey abgelenkt. Naja. Es ist doch abnormal, wie scheiße ich bin. Das ist doch nicht mehr normal. Das ist nicht mehr lustig. Ich komme jetzt. Ja, ich erwarte auch gar nichts mehr. Ich erwarte einfach nichts mehr. Was ist das denn jetzt? Risa? Ich habe eine Schale von der... Ja, wenigstens etwas was. Oh mein Gott. Das habe ich verdient. Das habe ich einfach nur verdient. Ja, verdient. Ich höre doch da links irgendwas. Okay, da hatte ich Glück, dass das Stück gerade weggegangen ist. Irgendwie die Sounds. Ich habe keine Ahnung, bevor die kommen. Oh, jetzt fahr ich nicht von hinten. Oh, jetzt fahr ich nicht von hinten. Nice. Ach scheiße, das haben die auch im Roadhog und der ist bestimmt besser als ich. Kann man das Heilen abbrechen? Ah, ich wollte mich heilen, nicht den Haken benutzen. Jetzt bin ich deswegen gestorben. Ich hasse es, mit Roadhog gegen Roadhog zu spielen. Ich höre doch hier irgendwas. Oh mein Gott. Ich habe gewusst, dass ich hier irgendwas höre. So. Ich weiß ja nicht, was das sollte. Ach scheiße. Also mit den Hooks muss ich echt noch besser werden. An der Playstation am PC war ich nicht so scheiße. Ach, jetzt muss ich nachladen. Es ist so peinlich schon wieder. Ach, die spawnen hier. Okay, gehe ich weg. Ich dachte, der war weiter weg. Ach, der hat geschlafen. Ach. 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 Warum hab ich meinen Haken jetzt nicht? Nicht, dass ich treffen würde, aber... Ich werd's gleich versuchen, ich werd daneben zielen. Ach egal. Es ist echt nicht mehr lustig. Es ist echt nicht mehr lustig. Nein. Das hat mir jetzt was gebracht. Ach der ist schon weg. Oh mein Gott. Ich sollte echt nicht mehr Roadhog spielen. Oh, ich lauf auch über die Gegend. Ja, genau. Oh man, muss sie hin. Auf den Wind. Noch 16 Sekunden. Achtung! Turbelfeuer! Die Ult hat besch... oh ok. Ah, ich dachte vielleicht kommt wer raus. Ich vergesse die ganze Zeit die Dings zu benutzen. Oh, ich hab ein Trophäe bekommen. Ich hab an der Konsole kaum gespielt, deswegen hab ich noch voll viele Trophäen. Ja, jetzt muss ich erst nachladen. Wo ist der hin? Ah, fuck. Das war klar. Oh shit. Oh. 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 Komm, die ist noch fast tot. Oh. Komm jetzt. Oh Junge. Krieg die echt nicht tot. Nein. Oh Gott. Soll ich einfach ulten? Ich glaub ich warte noch. Nice. Sehr schön. Ah, ich glaub ich spiel morgen oder so Diva dann. Ja.